Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. 4. Ne, doch 2. Hallo Frank, mach dich sauber und hol mich. Rechts über die Treppe runter, wenn du ganz hinten bist und dann oder hier schon runter. Dann läufst du direkt auf die Geschippssteuerung zu, links von dir, nein, runter, 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 runter. Frank, runter. Rechts. Nein, 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 Frank, links an der Treppe vorbei, da ist die Geschippssteuerung. Jetzt muss der nächste los. Ja, man hat's gesehen. Du musst jetzt zu Frank. Da wo Frank lebt. Ja. 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 und ab über die deckung Bin rechts 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 O monat Mach ich da jetzt kommen Der letzte Er ist gerade wahrscheinlich ausgeflogen Ja, da muss er an beiden Geschützen vorbei Du musst da hoch, da ist die Geschützsteuerung Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis der weg ist Und jetzt hat Martin Hat Martin das Verbindung getrunken? Es hat aufgehört Was ist passiert? Das ist die Chance! Verpassen wir dem Mannschaftswagen eine Sprengladung! Ja, schau mal 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 Scheiße, wir haben sie verloren Sie sind tot Hören Sie, dieser Mannschaftswagen darf da nicht weg Kostet, was es wolle Was, noch mehr von dem? Sieht nach Divisionagenten aus, Sir Gut, dann Gnade ihnen Gott Verstreut ihre Eingeweide hier überall auf dem Platz Hört ihr mich? An alle Einheiten! Erbitte Verstärkung! Wir können den Division endlich eine Lektion erteilen! Ende! Wir können uns alle beim Abkannen zuschauen Das war auch noch nicht Ein Agent aus ihrem Team ist getroffen und bracht Unterstützung! Schnell, schnell. 1 Schuss, 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 schuss. So langsam für mich. Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. 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 ich bin schon bereit gut, da schießt halt wenn der Panzer nicht mehr richtig vorteil hat das passt halt wenig Platz für die Granate, aber wir können nicht berufen ich bin schon bereit ich bin schon bereit ich bin schon bereit gussu lasse die blut Ich weiß nicht, was er ist 2 1 2 4 5 6 6 5 8 10 Das war's. 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 Was. Das war's. 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 noch einer auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sind schon dran Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich bin im Film steif 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 Ja, weil ich der schon geheilt werde Ich hab noch einen Wurzfänger Drohnen bereit? Alles stark, Klasse. Dann los. Das dauert mir alles viel zu lange. Klasse. Oh, das ist schon wieder da. Ziel erledigt! Voll zermetzelt Ich muss mal aufmachen, ich muss der Gegner an Es hat aufgehört! Was ist passiert? Das ist die Chance! Verpassen wir dem Mannschaftswagen eine Sprengladung! Ja, verpassen wir die Sprengladung! Scheiße, wir haben sie verloren! Sie sind tot! Hören Sie, dieser Mannschaftswagen darf da nicht weg! Koste es, was es wolle! Captain, es sind die Vision Agenten! Okay, ruhig bleiben und Feuer konzentrieren! Das ist für Bliss! An alle Einheiten! Bei mir formieren! Wir brauchen sie hier! Ende! Ja, genau da! Ah, weiter! Ja, das war jetzt gar nicht in den roten Teil! Ja, da wollte ich halt auch noch fahren! Wir können halt hier nicht in Deckung gehen! Dann wird man auf die mobile Deckung aufgehen! Da geht es jetzt! Das war jetzt gar nicht! Wann? Komm, komm! Komm, komm! Okay. ja nicht ich mach jetzt schon noch ein bisschen lang einer kommt ja jetzt kann nur der Pan da kommt wieder einer das kann ich nicht mehr das kann ich nicht mehr Das ist Kempf, oder? Ich glaube, wir haben auch noch eine Bedeutung. Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 All's. Das war's. 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 Okay. 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 Ich bin schon weg. Ich bin an der Steuerung. 3, 2, 1, Steuerung. Die anderen zwei bleiben an der Steuerung. Ich hab's doch. Spreng, ne ich hab's nicht. Wiederbelebung, Wiederbelebung. Sprengsatz da vorne liegt. Wer hat denn den Scheiß? Der ist in den Hochzugang. Bringen Sie jetzt den Sprengsatz an, Agent. Dann musst du ihn haben. Was steht denn dran? Geschütze sind aufschlag. Ja, super. Wir haben schwere Schäben an der Panzerung. Schweiß jetzt die aus. Wo ist jetzt der Scheiß drauf? Ich hab aber meine Wiederbelebung. Ja, Sir, mach den Raketen bereit. Frank, was für ein Film war das? Ja, und wie kommt man da hin? Ja, ich bin tot hinter dem Wagen. Ich glaube auch. Ja, wir haben wieder ein Neustart. Schwer die Säuse. Ach, ich kann auch. Hier ist auch eine Monika. Das war's. Tja, 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 tja. Das war's. 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 Nein, weil sich die Gegner anfassen. So, je höher dein Ausrüstungswert ist, desto stärker sind auf der Rückmeldung. Jetzt habe ich gemerkt, wo ich das mit Fremden gezockt habe, die waren 190 und ich habe bei den Gegnern dann gar keinen Schaden mehr gemacht. So, I don't know. So, Oh, oh, oh. So, I don't know. So, I don't know. So, that's an example. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich sag, die NPCs passen sich deinen Gearscore an. Das heißt, wir haben jetzt quasi die NPCs mit Martin seinen Gearscore, weil er der Stärkste ist. Wird ich mal so behaupten. Wenn wir jetzt zum Beispiel für Waffen behalten und den Gearscore unterschrauben, hätten wir es wahrscheinlich leichter. Also auf jeden Fall kein Mindestwert auf den anderen Schritt. Ziel erledigt! Oh! Hm. Stuhh, tuh, 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 tuh! Wacht. Das war's. 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 Wir haben mit viel Geldung einfach auch wenn's grün ist trotzdem draufbleiben. Irgendwann nicht zu fl đi. Das war's. Ja, macht weiter Druck. Habt das Arschloch! Das Arschloch! Das Arschloch! Und bin tot. Eine andere Sniper. Das Arschloch! 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 Ja, macht weiter Druck! Das Arschloch! 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 Ja, macht weiter Druck! Das Arschloch! 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, schlimmer als die Mission 17 Wir sind bereit einzudringen Junge, du Gut so, lass sie bluten 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 Okay. 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 Stirb, arschloch! Agent, legen Sie diesen Sprengsack. 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 cree d sleeping chillen. Agent, legen Sie diesen Sprengsack. Agent, legen Sie diesen Sprengsack. Agent, dasbury Act Orange. Agent, legen Sie diesen Sprengsack. Okay. 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 Let's go! Sir. Empfang eSignal! Captain, we are in your position and plans. Then set your ass down here! Ja! 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 Was ist mit den Drohnen? Die nächsten sind bereit, Sir. Dann raus damit, das hat lange genug gedauert. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist mit den Drohnen? 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 Das war's. 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 Ich weiß, was soll der post biologische Terrorismus Apokalypse gerade wirklich als echtes Leben bezeichnet? Naja. Okay. Also, ich konnte das noch nicht aus erster Hand bestätigen, aber ich habe hier Berichte über Gruppen von Leuten in Schutzanzügen, die mit Flammen werfen... Ja, das ist echt. Das war normal. Besser als wir waren, wenn sie es geschafft haben. Ja, der saß jetzt da über vier Stunden dran, also ich glaube mal, wir haben unser bestes Versuch. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich! Ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal kurz pissen, und dann kann man das mal erinnern. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich bin soweit. 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 Und verbessern ist billiger. Ich bin soweit. Ich habe 251. Ich bin soweit. 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 Vielen Dank. Wir haben noch einen fleißigen Zuschauer. Also der ist hart, ne? Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Ihr Captain Benetis, er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Sie wollen den Tunnel stürmen. Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass Sie mich durchbrechen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind Division Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an Die wollen raus, koste es, was es wolle Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen Den letzten Leben lassen Und sie wächst nicht Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position. Warnung, Feinde nähern sich. 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist hinter dem LKW. Das ist hinter dem LKW. Das war's für heute. 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 Oh, das ist bei euch, dann bin ich wahrscheinlich eh wieder tot. Cool, aber ich bin ja hier auch. Oh, hallo! Ich mache immer Schmerz auf das Auge. Ich mache immer Schmerz auf das Auge. Oh, ah. Nachschubi für ohne entdeckt Oh, ne f*** ist da, ey Die wollte ich mir eigentlich schon kaufen Die müssen unbedingt abholen. Alle lauten an der Kiste vorbei, alter. Geil hier, schon noch eine L86. Also ich habe hier eine Kiste ausgemacht, die voll der Burner ist, alter. Ja, hier in dem ersten Zelt, oben auf dem LKW. Ja, die kann doch immer nur einer nehmen, ne? Toll. Was ist das? Vorna, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Scheiße. Ach, das ist noch die Liga. Sie verlassen jetzt das kontaminiertes Gebiet. Zum Bruder. Ja. Ja. Ach, das war's. Nachschublieferung erfolgreich gesichert. Also ich habe jetzt nichts gekriegt von der Nachschublieferung. Ja, die sind 200 Meter entlang. Gar nichts gekriegt. Nein. Nein, ich fülle das. Ich Да. Ich fisch. No, ich fisch. Die ist doch auch schon ziemlich stark. Ich fisch. Ich fisch. Ich fisch. Ich fisch. Ich fisch. Ich fisch. Ja, ich fisch. Was ist das? Was ist das? Doch, nein, nein, sobald wir da sind, müssen wir sie sichern. Bei mir steht immer noch 0,200 Meter. Warnung, alle Nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Die Erde ist zum Mond aus dem 먼저 10 Sekunden. Das hat dieser Fluchtkarte zeigt, wie es dieses Fluchtkarte gestern wird, über die Fluchtkarte oder auch das Fluchtkarte ist? Wir haben das ein Schluchtkarte, ein Fluchtkarte, ein Fluchtkarte. Was ist eine Fluchtkarte an mir ist, was wir morgen einmal beim Verwissen? Wir haben eure Fluchtkarte haben wir das. die sind nicht mehr verfügbar die haben nur verzeilt die verzehren oh ich hab drei oder vier goldene waffe, äh gelbe wir sollten dringend abholen ich hab drei ich hab drei ich hab drei Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hilft aber nicht beim Wegrennen. Ihr seid kein echter Stadtteil. Hier ist wieder Rick Valassi mit Wooden You Know It. Ich versuche ständig mir einzureden, dass das alles hier nur paranoide Wahnvorstellungen sind. Aber es gelingt mir nicht, New York. Es gelingt mir nicht. Ein paar von euch da draußen haben mich gebeten, den Namen dieser durch die Directive 51 aktivierten Schläferzellen herauszufinden. Nach allem, was ich weiß, sind sie so geheim, dass sie sich einfach... Ich versuche noch... Okay. There we go. 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 Je kleiner der Kopf ist, desto näher sind wir die Objektabholung eingeleitet Fünfzehn Sekunden Aufnahme gesichert Hier Aufnahme gesichert Aufnahme gesichert Objektiv Das muss ich nicht selber achten Das geht nicht einfach persönlich Achtau! Sie gehen aus der Dark Zone! Ja, nee, Abholzone Richtig Arschloch sein Kann ich da noch ein paar Teile mitnehmen Wenn schon, wenn schon Naja, so wie es die ganzen Arschlöcher sonst auch immer machen Ich streame schon seit sechs Stunden Ich streame schon seit sechs Stunden Ja, das ist fast schon mehr Fast sieben Stunden Ja, jetzt ficken wir die Dark Zone Ja, jetzt fangen wir an Alle Fahrzeuge Ihr hört, Wubben, you know it Den Piratensender-Podcast für paranoide Nachteulen Hey, ich sag dir was, New York Lass es dunkel werden Ich weiß, was ihr sagt Dunkel werden? Mensch, Ricky, du bist doch sonst immer so ein Das Glas ist halb voll Typ Ich weiß, es ist schwer zu glauben Aber einige von euch wissen, wovon ich rede Von der Dark Zone Die Dark Zone Ein leichtes Maschinengewehr, ne? Eine SA-58-Taktik Die Drachen Keiner weiß genau, was da ist Kein vernünftiger Mensch würde dort hingehen, um es herauszufinden Also, was wissen wir über die Dark Zone? Wir wissen, dass die Leute, die den Frieden bewahren Die Kranken behandeln Und zumindest einen Rest von Ordnung aufrechterhalten wollten Um ihr Leben laufen mussten Denn die Ordnung war nicht aufrecht zu erhalten Das Zentrum war verloren Wir wissen, dass wir alle, die nicht fliehen konnten Einfach zurückließen Um sich alleine durchzuschlagen Wer ist dort über Wer ging hinein, um seinen Vorteil zu suchen? Wer kontrolliert diese Terra incognita? Diese tiefste und dunkelste Insel inmitten unserer Stadt? All das bleibt unserem Auge verborgen Oh, mit einer besseren Pistole habe ich gekriegt Sehen wir durch ein Glas Und deutlich verschwommen Wir wissen gar nichts Und was mich um den Schlaf bringt Was, wenn das Glas ein Spiegel ist? Wenn irgendwer da draußen Informationen aus erster Hand hat Was zum Teufel in der Dark Zone abgeht Dann soll er es mir bitte sagen Was den Rest von euch betrifft Willkommen im Dschungel Egal Glocke Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Geil, ich habe die Handschuhe aufgenommen, die ich mir eigentlich in der Dark Zone kaufen wollte. Ich habe schon Geld gespart. Untertitelung. BR 2018 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 es fühlt sich an, wie ein Ort, der tot ist und verdammt sauer darüber. Das war echt gruselig. New York. Was geschieht bloß mit uns? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Hey, hey, ruhig. Da drinnen sind Kranke. Das meine ich doch. Ich werde jemanden zu deiner Schwester schicken und sag dir dann Bescheid. Ist das okay? Ich werde eh bald Schluss machen müssen bei meiner Family Wache. Da kann man jetzt Frühstück machen. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Stund. Oh! 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 Oh, Jesus. Ich habe noch mehr über die Nachschublieferungen herausgefunden. Es ist Division-Ausrüstung. Wir müssen also unbedingt als Erste dort sein. Die SHD-Technik darf nicht den versprengten Fraktionen in die Hände fallen. Warum sie abgeworfen wurde, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht die Hände fallen. Ich habe das aber nicht die Hände fallen. Wir wollen dieントägliche Hände fallen. Es ist ein Robert. Das ist ein Robert. Bericht an der anderen Seite. hier kommen wir mal wieder und sind jetzt als Abtrünniger gekennzeichnet. Merde, wir haben voll vertreten. Ja, aber jetzt ist man im Schutzraum spawnen. Voll verkackt, 4 gegen 2. Oh, okay. Ja, den guten Stoff, den gibt es halt erst eine Führung lade. Ihre Division-Bindung wurde aufgelöst. Sie sind jetzt als Abtrüdiger gekennzeichnet. Da kommt die... Ein Handkrieg ihres Teams hat sich aus der Division-Bindung gelöst. Die Division ist jetzt als Abtrüdiger gekennzeichnet. Sie lösen ihre Zugründigkeit zu Division. Dadurch werden sie als Abtrüdiger markieren. Die Division hat ich gewonnen. Abtrüdiger! Abtrüben! Das ist ein Wettbewerb. Okay. ja der ist level 73 dann ist er einfach nur schlecht ich bin gleich wieder im schützraum bestätigt abtrennigen status nicht länger aktiv abtrennigen 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 abtrennen abtrennen der Gangabstieg oh ich sag doch DZ1 ganz unten links Checkpoint und dann gehen wir ganz nach unten DZ1 links unten ganz nach unten ganz links links da ist auch gleich der Abholbereich und da ist eigentlich immer gut was los da haben wir auch die Möglichkeit dann nach unten durch die U-Bahn abzuhauen Ah, ich wollte mal eine PID-Preise auch bestätigen ja wir haben doch gesagt DZ1 unten links ja Sie rechtfertigen die Dark Zone Abwürfe damit, dass Sie Kina und seine Freunde für gefährlich halten aber ich vermute, dass noch etwas Übertragung gestört Empfang nur im Nahbereich möglich Backup aktiviert System neu gebootet Vorsicht Sie betreten die Dark Zone ja hinter dir aber da laufen gerade Gegner ja hinter dir, aber da laufen gerade Gegner ja ich bin einfach mal mit dem markierten Abholbereich ja ich bin einfach mal mit dem markierten Abholbereich Ich fange Konzentration mit den Menschen her. NPCs sind jetzt ne Irmsache. Ne, aber die probieren wir ja eh wieder. Ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht dauer. Ich glaube, als Abtrünniger sind wir nicht gut. Das sind zwei Stück, komm, das schaut man noch. Ich mache auch mit. Ich mache den Feldlazarett. Dann ruste ich aber meine mobile Decken auf. Ich mache meine Feld. Ich mache meine Feldlazarett. 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 Und jetzt wird schon bei dir Vögel. Ich mache meine Feldlazarett. 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 Ich mache meine Feldlazarettarett. Ich mache meine Feldlazarettarett. Ich mache meine Feldlazarett whirring. Warnung. Weitere Fände entdeckt. Ja, Mann. 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 Ja, ja. Ja, Mann. 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 Okay. Ja, Mann. Da muss man ja auch mal so ein Tablett kaufen. das problem ist halt eins zu finden wo ich windows drauf mache wo mir auch gefällt die sind eigentlich alle fast durchgehend scheiße also erstmal alles schön gelb hier die srs a1 das ist meine waffe schön schön die ja das ist verzögerung circa 20 sekunden schön drei gelbe mods so viel habe ich noch nicht der hybridpanzer gefällt mir der zwei modplätze einer plus rüstung einer noch plus schusswaffe geschützwerkzeit und kritische trefferschau der pusht halt meine rüstung richtig gut ich gucke halt immer dass ich viel auf schusswaffe und ab und zu noch was auf lebenspunkte push hier Sekundär Ich habe meine AK als Sekundär, da habe ich 150.000 Das habe ich mit meiner Primär mit der Sniper 13,1 Ich habe auch nur dieses eine Talent frei Alright Ich habe noch ein nettes Sturmgewerbe gemacht. Was jetzt schon 14,1 Schaden macht. Das hat dann auch wieder nur 20 Schuss. Die SA58 Taktik. Und dann habe ich hier noch die Socom Sky L. Da habe ich aber zwei Talente freigeschaltet. Aber die bringen mir beide nicht viel. Und der Wert der AK ist auch höher. Ja, meine Vektor macht 12.002. Äh, 12,2. Meine Pistole macht jetzt 9.001. 166 Schaden. Ja. Haben Sie irgendwas über den Wissenschaftler im Konsulat gehört? Das war's für ein Nichtre. Oder das war's für ein Nichtre. Ich sollte nach dem schauen, der den, ähm, wie heißt's, lebenspunkt pusht. Weil ich habe ja allgemein eine sehr hohe Schusswaffe, dann kann ich alles, was mit Lebenspunkten zu tun hat. Ja, scheiße, stimmt. Ja, damit kommt es gut klar. Meine hauptsächlichen Modplätze habe ich hier durch die Verbesserung gekriegt. Bei der Taktikmaske, kommt gleich im Bild, da habe ich's verkackt, da wusste ich noch nicht, wie das funktioniert. Deswegen habe ich da die Schusswaffen einen Punkt höher gesetzt, als wir waren. Ja, doch, die Schusswaffen nochmal auswürfen, aber das bringt auch nicht mehr viel. 449. Beim Hybridpanzer habe ich noch, habe ich noch Rüstung dazu gemacht. Beim Sturm habe ich Schusswaffe dazu, das war, ähm, glaub, Fertigkeiten. Hier habe ich noch nichts, da bringt's aber nichts, weil das passt mir so. Da ist auch kein Modplatz dabei, dann kann ich das so lassen, und Lebenspunkte sind auch nicht dabei. Deswegen habe ich da noch nichts modifiziert, weil's nicht passiert. Hier habe ich Rüstung dazu gemacht. Und hier ein Ausstattungsmodplatz, weil er keinen hatte. Ich kann einfach kein Muster erkennen. Das ist der Held. Ich will alle haben. Bei Falken mache ich auf Lebenspunkte und lauf einfach durch. Ach, und die Zeit, wo oben links angezeigt wird, ist nicht die Uhrzeit, sondern wie lang der Stream schon läuft. Ich bin bei mir im Screen oben oben. Ja, ich bin bei mir im Screen oben oben. Ja. Also, nur die in der Dark Zone direkt lohnen sich. Weil die halt die gelben Teile haben, aber hier alles Lila am Drac und ist sonst. Braucht man doch schon gar nicht mehr. Ja, die haben auf kurze Zeit vielleicht zwar als Notlösung gut, aber die gelben Teile haben halt wirklich viel mehr Bums, auch wenn sie manchmal ein paar weniger Punkte haben. Hier siehst du in der Übersicht meine Attributpunkte, voll auf Schusswaffen, über 50 Prozent. Ich hasse Leute, die in Partys kommen und nicht reden. Weißt du was das geil ist, dadurch dass ich das gestreamt habe, das wird ja auch auf YouTube dann gespeichert, das heißt wir können uns die Pleiten nochmal angucken, die wir gemacht haben. Den sechs Stunden, den allein drei Stunden falten. ... ... Ja. 3 Schussmitte 2 Schussmitte hat das Toadown die Böse die Böse die Böse 3 Schussmitte 2 Schussmitte 3 Schussmitte Die Böse die Böse gut die Böse die Böse die Böse die Böse eigentlich der die dass die Ich bin auf der Welt, wenn ich hier mal durch die Stadt gelaufen bin und bei ihrem Gegner panisch in Deckung gegangen bin. Jetzt lauf ich einfach durch mit der Pistole, scheiß die Kette. Ich bin auf der Welt. 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 Wir haben morgen noch drei Konsolen zu machen. Die liegen schon seit Dienstag hier rum. Ja, ich habe heute Mittag drei Stunden in Ordnung. Dann wäre ein bisschen Ruhe. Ich habe drei Stunden in Ordnung. Ich habe drei Stunden in Ordnung. Ich habe drei Stunden in Ordnung. Ein Agent hat Ihr Team verlassen. Ich laufe trotzdem lustig durch die Stadt mit der Pistole und mache alle Kite in den Weg laufen. Ich habe drei Stunden in Ordnung. Das ist mit dem Live-Stream. Das ist schon cool. Aber diese Faubon auf Facebook gestern hatte mehr Zuschauer. Irgendwie haben die keinen Bock da extra drauf zu fließen. Da ist eigentlich die Qualität der Scheiße. Die sehen aus, als wären sie noch nicht lange tot. Immer wird's rot angezeigt oder kann das sein? Dann kommt! Oh! Jetzt wird's fl företag. Ich kann's mit dem Weg kommen. Da ist die Fluss-Bς. Sie haben die Fluss-B's. Das war es geschafft. Ah, der hat einen Finnex-Credits. Ich hab einen Haufen für die Leistung. Oh, waren sogar zwei Finnex-Credits, ne? Oh! 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 Oh, keine Chance. Die sind oben, Schatz. Der Stärkere. Ich riech die auf einem... Guck dir den Killer an, Schatz. Drei auf einmal. Nur mit der Suchermine. Nur mit der Suchermine! Ich hab das wieder ausgesprochen. Oh! Was hab ich dir gesagt? Lass deine Schwester in Ruhe! Komm mal zum Wagen kurz. Da brauchst du mir sehen. Dann gibt die Frau auch wieder Ruhe, ne? Ja, das ist ein bisschen... naja... Ich hab da jetzt glaube ich auch noch 3-400 Euro drauf auf dem PSC. Ich glaube so 200 habe ich schon als Gutscheini gecashed, aber halt mal nicht eingelegt. Ich hab mir eigentlich recht vorgenommen immer... Ich hab mir ja vorgenommen immer täglich bei PSC zu cachen, grad wegen dem Limit halt, aber irgendwie... Da komm ich nicht dazu. Geil! Nääääää... Kannst du das auf der PS4 von deinem Konto abrufen, ja? Cool. Keine Ahnung. Das ist ja cool. Das hab ich jetzt noch nicht kaputt. Ich hab mir immer Amazon-Gutscheine gekauft und dann auf Amazon PSN-Karten. Dann hätte ich mir mehr EPS und auch das Zahlungsmittel an, weil ich beim PSN-Gutscheine gemacht habe. Von PSC kauf ich eigentlich grundsätzlich nur Amazon-Gutscheine. Ja, aber wenn du dann halt was brauchst und das teurer ist halt für dich Euro und du dann erst noch alles vertreten musst, das ist auch scheiße. So wie Micha jetzt mit seiner PS4. Ja. 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 Ich habe einen Hauf. Ah, da bin ich weit drüber. Ich habe Black Ops 3. Also alles collected oder goldete schon alles anscheinend. Also locker 100€. Das ist eine gute Sache. Ich habe ein Need for Speed gekauft. Was habe ich noch? Star Wars Battlefront habe ich mir geholt. Dann hier Division. Far Cry. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront. Ja, da ist doch rechts da so ein riesengroßes Welt. Rechts neben dem Bild. Natürlich. Rechts neben dem Video. Ja, unten. Also rechts unten vom Video aus. Da steht dann dein Name. Und dann gib hier deinen Text ein. Da bist du nicht angemeldet oder so am YouTube. Ach, hier war ich schon. Ja. Scheiße. Oh. Ach, hier. Guck mal. Ach, okay. Oh, ciao. Was ist das? Was ist das?